hallo und herzlich willkommen im heulenden fjord was ihr nicht gesehen habt dass ich dass ich von hier bis hierhin geflogen bin dort habe ich jetzt euch mal erspart gehabt haben wir denn hier für eine quest geht zum mark rolli eine aus der hölle auf vordragon wird noch etwas zukommen wenn er denkt dass er ein paar drecks schrauber hier zum schutz dieses hafens geschickt hat noch viel länger durchhalten werden mark rolli begutachtet eure ausrüstung und hebt eine brau euch könnte ich euch könnte es jedoch ein wenig besser gehen wie wichtig es ist diesen hafen zu halten kann ich nicht genau kann ich genug betont werden und seit dieser monster über unseren köpfen hören weg fliegen kann sich diese das auch noch verschlechtert meldet euch einfach bei febrief viel zu mir alkela im nordwest und macht weit von hier macht nicht weit von hier sagt ihm dass er das jetzt gekommen seid um an ein paar hintern zu versäulen und kaugummi zu kauen ihr doch kein kaugummi habt sprechen wird auch ist hier unten ist hier unten oh gott warum auch immer der jetzt unter wasser ist ergreift sich mir jetzt nicht genau aber was ist los was macht ihr hier dort hier unten ich nun ja seht ihr ich bin ich versuche hier wenig aufzuräumen fehler vom keller höchstpersönlich er hat zu mir gesagt ich will dass die der taucher glocke aufsetzt und den schiffsrack in deutsch bucht ein nach unserem zug zeug durchsucht ihr könnt hier mal ihr seid vielleicht ein bisschen helfen in der ganzen bucht liegen allerhand schmuckstücke ich meine vor als kisten herum geht und bringt mir alles was ihr finden könnt setzt euch den tauch heim auf damit ihr nicht die luft ausgeht kann ich jetzt bekommen okay dann machen wir das mal ist ja oh lord die quest die hier so haha machen wir zwei sachen und dann machen wir 50 da wird ein spaß dann können wir mal die äh wie heißt das map zu machen ja wie gesagt ich habe keine erfahrung mit dieser also ich habe kaum erfahrung mit diesen ähm mit deswegen ist das fast schon blind diese grüße habe ich tatsächlich noch nie gemacht okay ich bin also soweit hinterfragen wir jetzt einfach mal nicht ne na gut wir helfen wo wir können und meine geld hat momentan ein event am laufen achja wenn ihr die serie seht dann ist besteht die chance dass ich heute entweder schon oder aber oder noch streamen werde ich habe mir jetzt nämlich vorgenommen häufiger zu streamen und ja sollte ja kein problem sein so dann gehen wir mal die quest habt ihr die vorratskisten gefunden ja super ihr seid mit sicherheit sehr fütjant so ist das aber es gibt mir einfach die kisten ich muss meine bücherleien verzeichnen wenn wir tun machen wir ein paar andere sachen die ihr nicht verstehen und für die ihr nicht ausgebildet seid an mich nehmen macht euch keine sorge ich werde kellner auf jeden fall sagen was ihr für alle arbeit die ihr geleistet habt wenn ihr geleistet habt genau ähm könnt ihr jetzt gehen äh husch husch okay komischer dude sooo dann gehen wir mal die andere quest auch noch ab der zwerg spricht die wahrheit wir können uns nicht leisten und diesen hafen zu verlieren es ist einer von zwei sehr engen helfen in dieser eishöhle die die allianz gehören die anderen liegen ein paar hundert meilen lässt sich von hier an der Küste der Borearischen Tundra falls Walgarde fällt wird unser Opfersuchungsweg nach Norden zum Stillstand bekommen von da an wäre es nur eine Frage seit bis wir alle Diener des Lichtkönigs sind nun ich weiß nicht wie es euch geht aber ich habe eine Frau und drei Kinder und soll mich den Teufel holen wenn ich ohne einen Kampf untergehe die Situation ist kritisch wir können hier eine Unterstützung gebrauchen die ihr aufbringen könnt ihr gebt euch zum Eingangszon und helft den Wachen die Stadt gegen die Eingringer zu verteidigen 12 Eingringer töten kein Problem ich bin außer Reichweite nö nicht akzeptiert ich will auch ein Ziel aha ihr haltet auf meinen Hund ich habe kein Ziel ich muss zuerst etwas anvisieren wilde Typen die hier ich muss zuerst etwas anvisieren ja ja so damit haben wir die Aufgabe dann auch fertig gefällt mir gefällt mir ihr habt unsere Verteilung die nötigen Unterstützung gegeben Hedra danke euch ist die Moral höher denn je ich denke dass sie den Rest des Abendstums von alleine bewertigen können ich habe ich habe Größeres mit euch vor das ist auch immer das Größere wir waren hier seit einem Monat als diese missgestalteten Riesen wir waren hier seit einem Monat als diese missgestalteten Riesen aus dem Nichts auftauchten für den Angriff waren wir zu schlecht vorbereitet und so mussten wir unsere Selbstgefährlichkeit bitter bezahlen komplettes Archero Team war verschwunden und einige Bewohner wurden entführt und zu den Ruinen gebracht seitdem sind wir hier in der Demensive vor allem übeln wurden die Speer die wir zur Rettung unserer Leute ausgesandt von den velgrönen Harpun beschossen und in den Wald direkt nötig von hier in Valka zum Sterben liegen gelassen ich römt diese Harpun aus dem Weg und befreit unsere Speer seid vorsichtig äh yo gerne au Untertitelung des ZDF, 2020